Es sind Bilder, die ans Herz gehen. Eine letzte Reise, ein letztes Abenteuer für Hugo. Denn Hugo ist schwer krank und soll eingeschläfert werden. Als geliebtes Familienmitglied soll Hund Hugo ein letztes schönes Wochenende erleben. Seine Herrchenfamilie, ein Paar aus Kanada, will sich angemessen verabschieden. Der langsame, schmerzhafte und emotionale Abschied wird gefilmt. Sie stellen das Video ins Netz und es wird millionenfach angeklickt. Zum letzten Mal geht es für Hugo in die malerische Natur. Als Rettungshund in Rente wird Hugo adoptiert. Es folgen schöne Jahre, doch dann verschlechtert sich sein Gesundheitszustand. Treppensteigen geht irgendwann nicht mehr, Hugo wird im Haus getragen. Bis zum Ende. Denn dann heißt es Abschied nehmen. Was bleibt, sind die schönen Erinnerungen mit Hugo. Die kann ihn keiner nehmen. Sie bleiben für immer.